Hallo und herzlich willkommen bei Linguschool. Linguschool hilft dir mit deinem Deutsch. Heute haben wir zwei wichtige Gäste. Das sind Tomaten. Oh, und was passiert jetzt? Ich kann ja gar nichts mehr sehen. Oh, in Deutsch. Wenn man Tomaten auf den Augen hat, kann man nichts mehr sehen. Typischerweise wird der Satz verwendet, wenn einer nichts sieht und ein anderer sauer ist, wütend ist und sagt, hast du etwa Tomaten auf den Augen? Also behalt den Durchblick und besser keine Tomaten auf den Augen. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.